Hey SubWords Up und willkommen zu einer neuen Folge auf unserer Lieblings-Map, Inferno! Oh, ich bin grün. Und was bist du? Weiß ich nicht. Äh, blau. Upsi. Tut mir leid, Gelber. Tut mir leid, Gelber. Hat den Kraten mit abgesnipet. Ist doch gut, doch. Fängt doch schon mal gut an. Ja, wir können noch denn, äh, wir können noch denn nach der Runde mal probieren, Fortnite zu spielen, okay? Wenn genug Zeit, oder so. Ja, wenn wir die Runde gleich schnell vorbei... Aber, um 21, um 21 oder um 20.30 Uhr will ich, ähm, Black Ops 2 spielen. Ich spiel nicht bis 21 Uhr. Ach, egal. 20.30 Uhr. Das ist unsere Lieblings-Map, 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 Lieblings-Map. Ich muss das nicht sagen. Oh, eine Tür! Oh, eine Tür! Er ist erst mal zerschossen. Und dann! Hühnchen? Alter, erh... Alter, Leon! Aua... Du bist blau Ich hab ihn halt schon Wo kommt der denn her? Das hab ich überhaupt nicht erwartet Oh Gott Da ist einer um der Ecke Jetzt hab ich schon wieder einen abgeknallt Von uns Gib ihn los go Alter Da mach du was Da hat jemand nach mir geschossen Da mach du was von Sporttrap, ne? Okay, let's go Der sah Eagle ausgerüstet Ey, ich sag dir... Guck mal, hier liegt die Bombe Hier liegt die Bombe Gleich ruhig dein Stück Okay, jetzt hab ich den Kamerad Ich wollte die nicht Ich hab mal Ticket for long around Look out, du bist du Bo Das war ich Aber ok Ja, hab ich auch gemacht Aber ok Ich hab's nicht Boah, ich hab abgekillt Boah, ich hab abgekillt Du hast mich... Hast du mich... Nee, der Typ... Dein Typ hat mich abgeknallt Ich war's nicht, also... Finds, hier Ja.. oder? 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 Oh, da ist... Oh! Genau! Hinter mir war die ganze Zeit jemand! Ich hab den einfach nicht mitbekommen! Pass auf, da hinten! Rechts! Hinten rechts! Pass auf, du dem jetzt ein Handy gegeben hast! Nö! Was? Für die Pistole? Da links ist... Ja! Alles klar, man! Alles klar! Ich glaub, er defused... Ja! Lol! Die sind komplett inkompetent! Die Gründe werden wir gewinnen! Bleib ich mir ziemlich sicher! Ah! Bei dir weiß man nie! Das ist mich verarschend! Give me bomb, please! Give me... Orange! Orange! Der will die Bombe von dir haben! Wett, gäh! Orange, please! Der will die Bombe von dir haben, Marc! ich hab mich mal die Bommel du den ach so, du bist ja gar nicht im Raum, stimmt Alter ich hab vergessen, dass du blau bist Upsi, Upsi, lass mich mal schnell auf, ich hab ne Schotze Alter zum Teufel also, ich greif dich nicht mehr an und jetzt so voll hinten, also, wieso nicht mehr äh, hatte ich noch nicht hatte ich nicht vor, aber... von hinten Wichser so ein Schwein ich hab gerade angefangen, was zu malen er hat er wusste halt wirklich, dass man da dass sie da sind, der hat sowas von Aim-Bot, Alter Alter der ist aufgab und der trifft einfach nicht ist der behindert das ist ein Messer warum tötet der den jetzt nicht? ne bin wieder da und der ist aufgab oder nicht? ich bin wieder ich bin wieder und ich bin wieder ich hab' einfach nicht gekriegt das Neuer das erkanntlich bin Kürtel und er war wohl das eine Eintracht die Fertigke mit alles klar der Gegner hat sich geschickt und erholt in der Team einfach noch morgen Ja, wer hat doch halt eine Brauchkanade in die... Oh, ja. Hat er reingebombt. Ja. Ich glaube, wir gewinnen. Die finden da jetzt nicht die Bombe. Doch. Nein, die haben sie nicht. Die haben sie nicht. Doch, die sind fused. Ach, scheiße. Einfach gesagt. Das hat man sogar gehört. Das ist doch gut. Ich glaube, wir verlieren, weil wir nicht am Anfang die Endes. Ah, ich habe genau auf meine L15 CD gehauen. Leon, ich kann dir die Goal of Duty Black Ops 2 CD nicht geben. Aha. Kannst du hier installieren. Du weißt schon, dass mein Laptop kein CD-Laufwerk hat. Haha. Warum? Weil man dann mehr Zeug für andere Sachen hat. Mehr Platz. Du weißt, daran jetzt, bitte schön, dich besonders, CD-Laufwerk zu haben. Keine CD-Laufwerk zu haben. Ich habe keins. Mann, die wirken, werfen ja dort Flashbangs rein. Die Gegner. Von hinten. Er wusste halt, dass sie wirklich da sind. Woher wusste er das denn schon wieder? Nee, eine Güte, Alter. Wo denn? Unbeliegt da. Genau. Ficken. Ficken. Alter. Gib mir. Gib mir, please. Wieso messern die jeden? Das ist die Messerrunde. Die Messer rückt einfach jeden ab. Ja, lass das auch probieren. Lass das auch mal probieren. Ach, hier Leon. Oh, nee. Schade. Ich wollte die Komponente geben. Errungenschaft bei... ... bei dieser einen Killer-Antrop. Das ist ein Killer-Antrop, ja. Leon, drehe dich mal auf. Richtig. 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 Zu ich verarschen? Ich hab deleg gak falsch abgewallert. Hä? Au. Sp fry. Da hab ich einfach abgeballert. Sorry. Weil... Natürlich. um am Bauern genauer und abwärts aber zu wenig aber du nicht ich bin nicht ein weiteres Jahr kann man eigentlich in den Brunnen einflächen für die Welt ist ein Alles klar! Wo ist die Bombe hin? Ja! Die ist im Brunnen! Die Bombe ist in... Ey, lassen wir dann, wenn wir die Bombe haben, versuchen in den Brunnen zu planten Ja! Wie kann die mich in den Brunnen rein? Wie es aussieht Ja, man! Boah! Alter You little fucking bitch, yeah! Watch out for red, watch out! Und den nicht mal treffen, du der! Don't fight no heavyweight Ich kenne den ab Watch out for red, ey! Ja! Ja, lachen! Möli, Nigga Haha, du, du, Pisa! So kriegst du denn eine T-Mail? Pum! Haha, wie die dastehen Fuck drauf, weißt Oh, ich hab die Bombe! Und ich kann mir eine AWP gönnen Und ich kann mir die SG gönnen Hey Leon Hey Leon, guck mal! Mach zu mir! Nein, hör auf! Gas nicht, wie? Richtig mal ein Auge schießen Hör auf, ich hab die Bombe, Mann! Boah! Ja, Mann! Neckatziegel! Ja, Mann! Wo kommt der denn her? Wie kommen die denn da so schnell hin? Ah, warte nicht Ey, ich sage, guard me to A Ich bin dir hier in die gläte Bombe Und ich bin der einzige, der da hinläuft Du wie arsch! Hör auf der Hast du grad versucht, unseren Teammate abzusnipen? Nein! Oh, sag dem Alter, wir sollen sein Interesse mithalten Guys, you know, T-SCO is a Team-Game Alter, ernsthaft jetzt? Links, Alter! Alles klar! Hättest du mich verrascht? Please, no, sorry! Please, no, sorry! Hat er ein bisschen spät gesagt Hey, das ist besser für uns, jetzt haben wir wenigstens ein Bot Und wir können aufgeben Ja, klar, wir gehen jetzt auf, wenn wir ein Bot aufgehen Genau ist Klar, Leo Wie gesagt, wir können aufgeben Ich gehe dem Bot in daher, dass er nicht so schnell stirbt Er sagt, jetzt mich lässt er alleine Bot Url Der heißt Bot Url Oh, hier ist ein Wünschen Uri heißt Hä? Von Url Das ist für ein Fixer Ne Bot Wollte auch gleich dort Genau Figa Na AWP Von dir Der hat mich mit deiner Waffe getötet Hältst du auf? Ja Die hole ich mir zurück Die hole ich mir vorwachen Au Du musst mich verarschen, der will dich messen, Mann Mach doch was Mach doch endlich was Alter, kannst du den nicht treffen, bist du zu inkompetent oder was? Komm Ja Was ich mich verarschen? Schütter Du kennst du, da sind doch zwei Leute Das ist mich doch farsch mal Ich konnte nichts machen, die hatte ne Awe Ich meine, beim ersten Beim ersten, Alter Das war so Hä? Ich hab auch echt überlebt, soll ich mit Soll ich mit messern oder nicht? Ich hab aber gedacht jetzt 저는 Ich bin mir ist Was? Ich bin mir Tak, Tak Ich bin mir Ich bin mir Ich bin mir Geil Ich bin mir Ich hab gedacht, du bist schon wieder tot. Oh, der Bot ist tot. Scheiße, die sind alle bei A. All drauf. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Bin ich verrecken hier. Komm mal her. Ich dachte, die sind alle A. Genau, so ein Wichser. Wie kann der mich denn mit einem Schuss von der Pistole direkt killen? Ich bin gesprungen. Ich will Anti sein. Ich auch. Anti. 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 Hä? Es hat doch schon ein Spieler Anti. Ja, Luca. Ja, Leon. Krass. Ich hab die gerne. ich hab dir die Dings gegeben. Na, Hedgef. Verarschen? Nur mir ein Hedgefonds gehen, aber. Upsi. Und gar nicht schießen. Ey, ich ziele mir irgendwie immer auf den Falsch. Pass auf, was ich für euch hab, das ist ein Bauer. Ich hab auch eine Sliper, du fürst. aber ich bin Steppenkopf Steppenkopf genau so ein Ficker und du natürlich bist abgehauen du Ficker du Schwanz verpiss dich natürlich und rettest deine eigene Haut ist überhaupt nicht ein Team Spieler hey Junge willst du mich verarschen nein du ich ich stehe da du sagst du das wie ich vor ich hab den Sniper sagst du nicht warum es mir war und dann stehe ich da und du verpiss dich einfach ich bin schon von Anfang an woanders angegangen aber okay überhaupt nicht stand ist genau neben mir ist dann abgehauen sie einfach verpiss ich weiß dass sie da sind oder ich weiß wenn du dann den Pfaff rausholst ich kann weg wo schießt du hin wo kommt der jetzt ja ach von rechts sind drei das ganze Team hebt noch ich gehe ich Marc komm runter beruhig dich und bummst jetzt alles Arsch wenn ich das glücklich mache und jetzt kommt mal mit komm mal mit mir mit okay willst du mich verraschen doch ich bin da ich bin der dritte der der zweite das ist Ftam ich bin hingeflogen danke ich bin da dasselbe ich bin da war auch du fliegt der stück ich bin da das ding hin Ich hab... Double kill Messer ihn! Das ist keiner Oh lol Da wird aber auch... Oh Scheiße! Ich hab nachgeladen! So ne verfickte Scheiße nochmal Du lebst... Hey! Ich bin weggesprungen! Und? Ecker! 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 Oh, alt! Oh, ich kann mir endlich ne GS leisten! Ich gönn mich ne... Ich hab mir ne GS gegönnt! Ich hab... ich hab null! Ich hab null! Santa Maria! Ja! Oh, schade! Was? Ich hab's jetzt! Das! Gott, jetzt mal mit! Grönagranate! Warteln! Dankeschön! 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 Oh, ich leck! Oh, ich leck! Oh, ich leck! Alles klar! Oh! Oh, so ne Scheiße, Mann! ich kann es die haben uns alle drei mit ihrer awp gewollt ne aber wirklich alle drei aber warum so das ist ein awp-team jetzt sie ab jetzt in dieser awp-team ist es die 11 rennt in der hin ich hab's mit bauch ist was der typ Typ, was macht denn der? Was geht denn mit dir falsch? Kannst du mal aufhören? Ich glaub ich geh jetzt mal Was zum Fick, wer war das? Du hast mich angegriffen Okay Ja genau, lass den Lass unser teammate vor Läuft, was bei dir Okay, ich wurde gefickt Vor dir Genau, von wo denn? Alter Und der Typ ist so schlecht Also aufgleich AWP tot Oh Wer schafft es ja nicht mal zu Was macht der denn? Was macht der denn? Der ist da oben und da links Der ist so So inkompetente Schwein Ja Ja Du hast denn eigentlich ein teammate erschossen Hier bist du wie Ja Ey, wie soll es Marie Käfer hier in mein Zimmer? Wiss ich doch nicht Ja, hier ist Marie Käfer nicht Ich bin mir nicht Ich bin mir nicht Ich bin mir nicht Hey 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 Hey, da war ein Fein Und Ja Da ist einer da links Alfa Ich werde das Kompetente Genau Mit der AW Wichser Wichser Sag mal Bist du inkompetent? Wie konntest du den grad nicht kriegen? Der ist auch inkompetent der Team Der ist auch inkompetent der Team Der ist auch inkompetent der Team Alter Die laufen mal lange oben Hey Genau, und er messert mich natürlich wieder Die sind alle Die sind zu A gegangen gerade Das ist das Info Das ist das Info Das ist das Das ist das So, ganz schnell dabei Wer dich abgeschossen hat Äh Auf Hey, ich hab geschossen Hast du das Halt Hey 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 cool Na ja, wenn du dictate Ein No I Also du wirst ich hab ihm auch die Bombe zu sehen aber auch wie auch er wieso schaffe ich dich als auch kam ab für die Schrift wieder als er werde ich hinter dir pass auf hinter mir wieso hinter mir es geht mit dir falsch aber da gerne fällt auf dann habe ich noch damit so der Kiel ja will ich machen ich weiß nicht wo der andere Typ ist ich will mir die AW gib mir die Gemma oh Gott! HEEH ICH HAB DOKH GESCHOSSEN HEEH ja mich messert natürlich immer wieder witzig ich will dich trollen ich wollte gerade in meinen Nettop schlagen ja mach doch oh scheiße Oma mein Nettop ist kaputt kriege ich einen neuen? ich will dir in die Waffe schießen ich will dir in die Waffe schießen ich will dir in die Waffe schießen ey Leon wichser ich hab gepuppert wie verarschen Machen dass Sie nicht rennen? Ja, was geht denn mit dir falsch? Wir kicken hier einen nach dem anderen aus. Wir kicken hier jeden. Und dann haben wir nur noch Bots im Team. Lass mal probieren, den Lukas zu kicken. Ja, mach mal. Hä? Wir können ihn auf jeden Fall kicken. Drei. Ähm, hab schon gestarten. Spielerausschaffen. Das geht. Halt's auf. Ja. Da tut mir irgendwie gar nicht leid. Ob sie. Du bist alleine. Triple Co. Jetzt sind wir beide nur noch aus Bots. Lustig. Scheiße, ich hab kein Diffuse. Schafft das nicht. EGNAAAL. Oh, da renn weg. AHHHHH! Fuck! Alter, wie wir jetzt nur noch Bots haben! Das ist doch ab, fuck! Ey, was passiert, will ich jetzt gegen dich abstimmen? Nein. Alter, nein, Digga, nein! Was würde denn noch passieren? Soll ich ihn mal probieren? Nein. Was? Du kannst doch nein, Digga, wie wir jetzt nur noch Bots haben und endlich viel Leben! Jaaa! So, ah fuck, die müssen sich auch denken, so, das geht mit denen falsch. Ich hab' unser ganzes, ich hab' unser ganzes Team gekickt. Ja, Mann! Okay, erster Bot ist in der Arsch. Komm, Leon, jeder hat noch zwei Bots. Jeder hat noch einen Bot für sich. Genau. Ding. Oh, Mann, was hat der denn für... Ich bin noch den Bot! Ich bin noch an Bord! Aber gut. Genau. Okay, wir haben verloren. Wir können einfach nicht gewinnen. Mehr. Alter. Nur mit Bots. So was geht einfach nicht. Man kann nicht mit nur Bots gewinnen. Und jetzt so, Runde nach einer und... Nach einer und einer und... Also nach einer und... Also bei einer und... Also bei einer und... Was passiert, wenn ich unseren Bot töte? Äh, geil, ne Ahnung. Werde ich denn gekickt? Werde ich denn gekickt? Kriege mir denn neuen Bot? Werde ich denn gekickt? Werde ich denn gekickt? Werde ich denn gekickt? Aber das nen besseren Bot? Aber das nen besseren Bot? Äh, Leon, kommst du... Oh, okay, du gut, danke. Geh du vor. Hey, ich hab die doch voll abgesnabt! Oh Gott! Mami! Mami! Ich bin Bot. Hi, Botty! Oh, du bist doch. Nein! Geilte. Was soll denn das heißen? Oh, 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 oh! WTF! Hä? Oh Gott! Wo kam der denn? Von hinten. Oh, guck mal, die Terroristen haben gewonnen. Was für ne Überraschung. Wenn man nur Bot im Team hat. Ja. Wir haben unser ganzes Team gekickt. Wir haben einfach unser ganzes Team gekickt. Oh, die armen anderen Leute. Ich sag dann mal. Dein Sex haben das Spiel gewonnen. Guck mal, das war's mit dieser lustigen Folge. Und ich sag dann, tschau. Ich sag dann, tschau.